Hier haben wir eine umgebaute 3x7-Nabe, bei der sich das Ritzel-Paket auskoppeln lässt, sodass man die Gänge der Kettenschaltung im Stand schalten kann. Hier ist das Ritzel eingekoppelt, ganz normale Funktion, dann betätige ich hier diesen Hebel und das Ritzel ist ausgekoppelt, kann leer durchdrehen. Dann wird der Hebel wieder losgelassen und es koppelt wieder ein. Sieht hier die Durchführung, hier hinten geht es zum Planetengetriebe, das dann entsprechend ausgekoppelt werden kann.